Eine altertümliche Hunderasse hier bei Preu, der Sharpay. Die Herkunft des Hundes liegt in China. Der Sharpay gehört zu den sogenannten altertümlichen Rassen. Das bedeutet, dass solche Hunde schon vor 2000 Jahren existiert haben. Bis ins 19. Jahrhundert wurde er als Kampfhund eingesetzt. Geschichtlich wird auch erwähnt, dass er als Jagdhund, Hütehund und Wachhund eingesetzt wurde. Der Sharpay ist nach wie vor eine seltene Hunderasse. Er verfügt über einen kompakten Körperbau. Prägnanz stechen vor allem seine Falten hervor. Von den Fellfarben her ist er nahezu alles außer Weiß. Vom Charakter her ist der Sharpay seiner Familie gegenüber gelassen und ruhig. Mit anderen Hunden kann es aber sehr schwierig werden. Der Sharpay braucht einen hundeerfahrenen Menschen, der Liebe für diese Rasse mitbringt. Der Hund zählt zu den Molossern. Deswegen ist er für den Hundesport eher nicht geeignet und bevorzugt langsame Spaziergänge und geistige Auslastung. Wie nahezu jede Hunderasse hat auch der Sharpay eine Disposition für gewisse Krankheiten. Zum Beispiel die Amyloidose. Diese Krankheit geht mit hohen Fieberschüben und geschwollenen Gelenken einher. Es wird vermutet, dass 23% der Sharpays davon betroffen sind. Außerdem häufig zu finden Hauterkrankungen und aufgrund der Übertypisierung der Rasse, also die vielen Falten, kritisieren Tierschützer, dass der Sharpay mittlerweile eine Qualzucht geworden sei. Wie seht ihr das?